hallo und ein herzliches willkommen zu einer neuen folge die binding over the repentance heute geht es rein mein 34 versuch keeper tainted keeper abzuschließen das wird doch richtig gut ich hab bock ich muss jetzt erstmal wach werden denn ich bin er seit einer kurzen zeit wach und deswegen müssen wir mal schauen wie ich mich so schlagen werde wie das ist eigentlich ganz cool box of friends und pentagramm was war das ich weiß es nicht wenn wir schon mal 15 zusammen kriegen bin ich schon mal zufrieden dann kann ich ja schon mal wenigstens das pentagramm holen nicht ja ja so ist es dann lasst uns mal das pentagramm holen ich meine box of friends ist auch ganz okay aber machen wir erst mal den komm explodieren 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 ja so hey 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 sag mal und schlüssel das ist ja gut moin hallo mit dir hier bitte danke nein du musst ja so was ausprobieren hier ja sehr gut gibt's geld okay auch nicht du warum dich morgen jetzt sagen wir gehen sie bitte wie von dem ach leg mich daran okay 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 nana nana buch Ja mach man. Nö das will ich nicht, gut vielleicht können wir dann doch noch ne Bombe bekommen. Kann ich eine Bombe nehmen? Das ist gar keine Bombe. Du machst einfach nur Sponsor random pills every seven using pill poison. Wer weiß wozu das noch gut wird, aber gut, weiter geht es. Ja shit, ich brauche die, ich brauche ja die Penansen. Ja. 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 Okay. Cool. 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 Was ist hier denn los? Das ist mir suspect. Two of Diamonds. Mhm. 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 Ich sehe euch. Ihr Lümmels. Gut, 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 I guess. Oh. Nein. Oh Mama. Oh Mutti war das knapp. Ja. Das war das jetzt noch mal. Okay, cool. Ja, wir werden jetzt Creepo, ja jetzt, da. Okay, okay, aber jetzt, das geht's auch wirklich mal auf. mal luren es geht nicht anders was bringt das hier eigentlich ja das lassen wir dann mal kommen wir machen das wir nehmen dich mit wir nehmen dich mit und gehen wir weiter das ist ja bombe okay schauen wir mal ein kleiner obolus das ist ja lieb so kurze unterbrechung so weiter geht's netterweise habe ich gerade wo kann man es sehen da unten habt ihr es gesehen curse of the blind schön und macht doch keinen blödsinn hier du ja alter bin ich gut es hat jetzt ein bisschen also eine sache die mir gerade richtig auf dem puller geht ist das ups curse of the blind ist halt wirklich richtig kacke nach verdammt ja gut weil es krieger beide ebenen krieger nichts versteht ihr wisst ihr was ich mein es ist deutlich was ich zu sagen habe ich nehme es jetzt einfach ich nehme es jetzt einfach mit vielleicht ist ja die black candle darunter die 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 natürlich und ich kriege acht ist doch scheiße hier veränderungen vielleicht war der gott hat drin man weiß es nicht das macht mir jetzt ein bisschen traurig so jetzt nicht sterben bitte ja danke manchmal bin ich ein bisschen dumm was ist das ja gut tschüss hallo können sie danke Entschuldigung Sie sind hier gar nicht anstrengend Okay Okay Okay, okay Gut, gut Nicht so gut Bei wegen nervig Hatte dieses ganze Feuer hier Bist ungesund, Leute A, U, A Oh Gott Oh Gott Wann ne Frage, du Das die Musik immer so laut wird Na, was soll das eigentlich Okay, sollten wir gleich ein Devil oder ein Angel Deal bekommen Könnte das ziemlich gut sein Oh Oh Okay Okay Da haben wir doch alle nichts von, wenn du das machst Uh Glück So Jetzt wird die Musik wieder lauter Kann das einfach nicht aufhören Hier Also bitte Was dröhnen in den Ohren Ähm Ja Wir setzen hier mal ne Bombe hin So Oh 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 Ich lasse die Karte erst einmal liegen, auch wenn ich sehr neugierig bin. Okay. Jetzt ist es mal gut gewesen hier. Der kleine Ecklegger. Nein, 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 nein. Okay, ich muss mich, glaube ich, hier verstecken, oder? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Nee, 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 nee Oh, danke schön. So. Magician, okay. Und was ist das andere? Magician und Magician. Gut. Hä, wieso ist der wieder da? Ihr habt den doch gerade kaputt gemacht. Oh, Mutti. Oh. Cool. Ich will wieder alles haben. Tourfahrt. Okay. Was bist du? Wheel of Fortune. Machen wir so den. Machen wir den. Das ist aber jetzt schon ein bisschen gemein. Wer ist es eigentlich Gideon oder wen darf ich jetzt wieder begrüßen? Ich freue mich richtig. Es ist Gideon. Natürlich ist es Gideon. Warum geht es Ihnen so? şşşh hat. Ha. Wo? Ja. Huh. davon will er sehr gut ich bin gerade ein bisschen skeptisch warum auch immer blöder scheiß drecks das ist nicht gut das ist gar nicht gut booyah auch ernsthaft speeddown am arsch das ist alles ok ich tue es ok moment so 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 weiter gehts wir haben wir haben wieder das problem mit mutti aber ich habe angst vor der nahe ich finde die spooky spooky okay nö da wo ich das letzte mal versagt nun geht es wieder rein in den mutti aal okay okay konzentration konzentration da bekomme ich schon wieder dezent die krise wenn ich sowas sehe hier gut ach du scheiße ich habe so gehofft dass da jetzt irgendwie eine münze drin ist ne ne nein verpiss ich ha leute 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 das nichts passiert so 65 prozent auf dem planetarium die können jetzt mal gegönnt werden damit das klar ist nehmen sie das war so nicht geplant ich kotze im strahl ich kotze im strahl natürlich das ist doch wirklich also nein lassen sie mich in ruhe ja 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 Okay. 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 Cool. Egal, das wird noch was. Doch, 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 Leute, Leute, vertraut mir, das wird noch was, ey, so wird das nichts. Oh ja. Oh nein. Ah, ooh. Ah, ooh, ah, ah. Okay. Okay. Fünfer geht. Okay. 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 Verschümmelt euch. Tschümmelö. So, jetzt kommt Mutti, oder? Muttern. Es geht. Oh ja, stimmt, die kann das. Ja, das ist mein Problem. Okay, okay, ich sehe nichts. Doch, ich sehe. Und yes, sir. Ah. Nice. Komm schon. Oh, das war's. Was? Ich weiß nicht, wo ich hin kann. Ich weiß nicht, wo ich hin kann. Schiligoll, ich versuch's jetzt nochmal. Das war alles voll kacki. 30 Minuten. Oh Gott, ey, 30 Minuten für die Katz. Für die Katz war es. Hey. Können sie damit, verfolgen sie mich nicht. I want it. Ne, will ich gar nicht. Aber gib mir mal bitte das hier und das hier. Oh. Damit hab ich gar nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Wie viel haben wir? 26. Natürlich hab ich mehr. Hab alles. Was? Aber das ist gut denn. Hört auf, Leute. Hört auf. Müller ab! W- Danke für ein 5er! den würde ich gerne ganz auskosten und nicht nur 4 Cent. Ja, es wird nur 4 Cent. Okay, immerhin. Gut. Chiyuki! Chiyokurino! Daxon! Dumm dumm! Diddle day und diddle dumm! Oh. Oh. Oh! Boots! Chiyokurino! Chiyokurino! Sehr gut. Dankeschön. Oh, danke. Darf ich? Da? Okay. Da 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 da. Pickups are attracted to Isaac. Vielleicht, wie ich sollte das mitnehmen? Das wäre ja dumm, wenn nicht. Dann ist ja das Geld, oder? Ist das Geld dann attracted to me? Schweinerei! Wir wollten doch nur ein bisschen Spaß. Güldend. Güldend ist super. Hallo, guten Tag. Moin. Geile Nummer. Ich will das jetzt ausprobieren. Ich will das jetzt wissen. Äh. Äh. Uki. Hi. The money is attracted to me. I like. I give a like. Sum's up, ey. Kick mal da. Da kann ich... Das ist ja super. Das ist ja super. Das ist ja auch super. Das ist ja auch super. 5 Cent sind mir ein bisschen zu wenig. Ja. Mehr gibt es dann auch nicht. Wir setzen mal hier eine Bombe. Und wir setzen 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 hier ein forster Video. Und wir setzen hier ein bisschen. Das ist ja sehr sehr. hallo und das ist bitter das ist so also das ist bitter genau ja das war es wir können wir können weitergehen ja 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 Das ist eigentlich auch dumm, ne? Naja. Oh, bitte nicht. Ach komm, ja sehr gut. Komm zu Daddy. Oh, der Kaffee, na ey. Baby. Das ist so wunderbar. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich nichts in meinem Leben habe. Ich muss mich über Kaffee definieren. Das ist eigentlich ganz klar. Nehmen wir vielleicht mit. Vielleicht. Wir werden sehen und staunen. Ach du wieder ey. Okay. Wir haben ein Problem. Wir haben noch keine Bombe. Ausgezeichnet. Oh, ey. Warte mal, wir haben da Joker. Two of Diamonds. Wir nehmen das einfach mal mit. Drücken das. Ja, sehr. Das ist das. Justitia. Perfekt. Ich nehme einen Magician mit. Ich nehme einen Magician mit. Spare mir die Tour of Diamonds Karte noch ein bisschen auf. Bis ich wieder da bin. Ich glaube, das ist ein guter Schachzug, wenn ich das so mache. We will see. Angst. Ich möchte allen Beteiligten danken, dass sie mir nicht wehgetan haben in diesem Raum. So, zur Sicherheit nehme ich das schon mal mit. Wir wissen ja, wie doof ich manchmal bin. Ja, ja, ja. Wir bleiben jetzt einfach mal ganz krass auf Distanz. Okay, das war's. Ich glaube, ich werde das für heute beenden. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ich wieder astreinversage in The Binding of Isaac. Bis dahin. Habt eine schöne Zeit. Gehabt euch wohl. Und ciao, ciao.